Die werden das Bewusstsein haben und verstehen, warum sie gut sind oder warum bis jetzt sie vielleicht kollaterale Schaden gemacht haben. Ich will, dass sie das im Griff haben. Die werden einen Rahmen bekommen und ich will, dass sie sich an diesen Rahmen erinnern. Dann, die haben auch Tools, wie man visuell moderiert. Interessanterweise werden sie auch wissen, wie man Bilder sehr einfach bringt, damit eine Botschaft bei den anderen kommt. Und die bekommen noch viele andere Tools. Das ist wie ein Lego Set und jeder wird sein Lego teilnehmen, die er für seine Situation in Sini-Firma nutzen kann. Und das Hauptthema wird sein die Wirkung. Ich will, dass sie klar mit der Wirkung kommen. Und wenn man zum Thema Wirkung kommt, das sind drei Elemente. Wir werden schauen, dass die Mitarbeiter verstehen. Das bedeutet als Takeaway, die werden ein Verständnis schaffen bei den Mitarbeitern. Zweitens, die werden lernen, alles was mit Kohärenz und Konkurrenz zu sein. Wie schaffe ich, dass nicht nur die oberste Etage der Firma etwas versteht, aber auch die Mitarbeiter. Wir bringen das Ganze bis an der Basis und die werden diese Tools auch nutzen können. Und das Letzte, deswegen habe ich von Spaß am Anfang gesprochen. Ich will, dass sie die Einfachheit bringen und positive Emotionen. Und wenn sie selber Spaß haben, werden die Mitarbeiter auf der Seite informiert, oder? Die Mitarbeiter sind wir, mein Leben nach Freie und der Verkauf, werfen, dass sie sich hinterher. Untertitelung des ZDF, 2020